Hey liebe Leute, willkommen zu dieser neuen geheimnisvollen Folge Bugsnax. Wir machen jetzt hier weiter. Wir sollen jetzt in unserer neuen Mission hier herausfinden, was Wambus in der Nacht so macht. Zwischen 22 Uhr und 1 Uhr morgens. Und ja, wir schauen jetzt mal, wo der Gute sich hier aufhält. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier gerade in der Stadt. Er tut hier schlafwandeln. Hier haben wir doch was. Wambus montiert drin. So wie es aussieht. Okay, wir haben es herausgefunden, was in der Nacht macht. Er spricht mir dieser Figur, die so aussieht wie seine Ehefrau, die er vermisst. Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht unser nächstes Ziel ist, die Ehefrau vielleicht wiederzufinden von ihm. Nun gut, wir gehen jetzt mal zurück zu unserer Missionsgeberin, würde ich sagen. So, bitteschön, ich habe herausgefunden, was mit ihm ist, was er macht. Oh, M.G. Wambus hat eine Fake-Caktus-Wife? Wie es nicht genug genug ist, wie es nicht genug ist. 10 aus 10 Perf-Dirt. Snacksberg ist viel Spaß, als wenn man sich in dieser Kaffee befindet. Ich dachte, es wäre relaxant, aber es ist totes Borein. Plus, ich weiß noch nicht genug über dich noch nicht. Ich bin nur es schlafen, um mehr Dirt zu spüren. See you around town, Bestie. Sehr schön. Sie geht nun zurück in die Stadt. So, und wir haben auch noch eine andere Aufgabe. Unser Pflanze einen Wurzel Bugsnax im Garten ein. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen das. Deswegen, und auch so, wir können ja noch mal welche spenden, bei dieser einen Farm. Deswegen würde ich einfach mal sagen, tun wir jetzt einfach noch kurz ein paar hier fangen. Ein paar Bugsnax. Moment, dieses Kerlchen hier hasst irgendwie alles. Wie tue ich dich am besten fangen? Angreifen kann ich ihn ja auch niemand so richtig. Da er ja im Wasser ist, wird er ja immer wieder sauber von dem, was ich ihm ja einsprühe hier. Halt, Moment mal, so eine Falle hier in den Weg stellen. Okay, das klappt bei dem ganz normalen, einfach so. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Komm schon, ja, holt ihr den dort? Sehr gut. Jetzt hätte ich gerne noch so einen hier oben. Ja, komm schon hier runter. Sehr gut, das machst du gut so. Jawoll. Jetzt auch noch mal hier eine hinlocken. Eine Frittine. So. Haben wir auch noch gefangen jetzt. Sehr schön. Jetzt würde ich sagen, noch mal so einen Burger hier. So, komm mit. Ihr beide werdet euch aneinander stoßen. Ja. Sehr gut, und den einen nehme ich mit. So, wunderbar. Wir haben jetzt einiges hier gesammelt. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen von denen, die hier so rumfliegen in dem Gebiet. Obwohl, na, wir haben es ja jetzt nachts. Von daher sind die jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so richtig unterwegs. Oben wäre aber noch eine, sehe ich gerade. Ja. Eine Fliege. Wir schauen aber weiter hin, weil noch eine Erdbeere oder so ist. Weil für den Obstgarten und Gemüsegarten und so. Räuchten wir dann natürlich noch auf was anderes. So, einmal hier das hinstellen, mitten in die Route von dem einen. Komm schon, dann fangen wir den jetzt hier erstmal noch. Ja, perfekt. So. So muss das. Und dich haben wir auch noch. Gut. Sehr gut. Unsere Tasche ist voll. Dann liefern wir jetzt mal ab, würde ich sagen, in der Stadt. Ja, wir haben jetzt erstmal genug Zeug hier eingetütet. Einmal kurz noch hier hinter. So, das Tagebuch haben wir jetzt hier von Beffica. Umsonst geklaut stand gerade dort. Hm, vielleicht stehen dort ja irgendwelche Infos. Deswegen kann es vielleicht nicht schaden, das zu haben. Hm, wo kann ich das denn, wenn ihr hier lesen? Ach, hier. Als ob ich mein Tagebuch einfach so rumliegen ließe. Netter Versuch, aber arbeite weiter an diesem Instinkt. Dann findest du vielleicht irgendwann meine Geheimnisse heraus. Beffica. Okay, das war eine Art, ja, Falle. Naja, was heißt Falle? Sie wusste halt, dass sich jemand schnappen würde. Hm. Ich denke ich mal, wird auch 100 Pro auch noch mit einer Art Quest zusammenhängen. Dass wir diese ganzen Tagebücher vielleicht wieder finden. Und dann halt irgendwann das Richtige von der haben mit Geheimnissen. Darauf könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es hinausläuft. Aber schauen wir mal, ja. Jetzt tun wir auf jeden Fall erstmal ein paar Ablieferungen machen hier in der Stadt. Und da tun wir dann gleich auch mal schauen, was wir dann als nächste Mission machen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal an diesen einen Strand reisen, wo wir mal waren. Denn an dem Strand, wo wir waren, haben wir ja noch eine Mission, ja, die wir nicht zu Ende gemacht hatten. So. Und ich sehe gerade, wir haben noch etwas hier. Philbo möchte mit dir sprechen. Oh, hi. Okay. Gut. Wir tun erst mal hier welche rein. Zack. Gut. Und hier bräuchte ich noch etwas anderes. Zum Anpflanzen. Gut. Was haben wir mit ihr hier noch? Ah, ein Interview. Gut, das machen wir jetzt. Ich bin Bethika Winklesnew und ich mache basically, was ich möchte. Let's just say, I'm an Information Specialist. I'm here on vacay. Uh, unrelated fun fact. Did you know that no international laws apply out here? I'm just saying, if you got in trouble, like a lot of trouble, and all your friends turned against you? This would be a great place to hide out forever. Oh, they're so cute, I could literally eat them up. And I do. Ugh, there's drama, and then there's drama. We have too many Geminis around here, and I'm done getting caught up in social dumpster fires. Ah, hey! My cave was sweet! Plus, it was close enough to Wambus that I could swipe some sauce when I needed to. Kromdo. That greedy little squeeb started looting the second Liz was gone. Then, he tried to sell me her projector. So, I like posted pics of all his little crimes, and then I got out of there before he could get back at me. What don't I know about Lizbert? Wink. Ugh. Liz is smart and fearless, and she can see the talent in all of us. It's impossible not to look up to her. She's practically invincible. But she does have one weakness. Agabelle. Liz would go to the end of the world and back to make her happy. And if I've learned anything in life, it's that you can't let your happiness depend on somebody else. Liz and Agabelle got in a big argument before Liz went hunting. I haven't seen either of them since. If I'm being optimistic, maybe they're on a romantic... No problem. I'm just happy to see your interview skills in action. Oh, and before you go, I think you should take this. It's the key to Liz's cabinet. The stuff in there is really personal, but finding her is more important than keeping all her secrets. Sorry, the interview is over. Don't let me down. Bestie. Okay, einen Schrankschlüssel haben wir jetzt von der Lizbord. How are you doing? Hmm, was sind ja ihre Wohnung? Das hier ist es, ja. Was haben wir denn hier? Jawohl, hier sind einige Sachen. Ich würde sagen, wir packen alles ein. Video-Tagebuch. Haben wir noch etwas zu mitnehmen? Nein, das war alles. Hier ist noch so eine Aufzeichnung. Daran könnten wir uns die anscheinend anschauen gleich. Wir schauen uns mal hier noch weiter um. Hm, was zieht sie denn hier oben? Wir haben hier noch einen anderen Schlüssel. Für ihr Tagebuch. Das Tagebuch ist vielleicht hier drin, denke ich mal. Und dafür brauchen wir unsere falschen Schlüssel. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal diese Aufzeichnung an. Erst mal Aufzeichnung Nummer 1, danach Nummer 2. So. Just in time for a gorgeous doctor to treat my grievous wound. Well, this gorgeous doctor thinks you're an idiot. Oh, that stings. And after I face those snacks just for you. Don't joke around. I don't want you taking risks to impress me. But you are impressed. Yes? Ow! Ow! You're lucky it's such a shallow cut. And stop squirming around or I'll have to restrain you. Egger, Belle? Not while the camera's on. Trying to look strong for your audience? Ahem, 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 ahem. So, how's it look, Belle? Think I'll be up and hunting soon? No, you need to stay a while, Liz. Aw, Egger, Belle? You miss me that much? I just want you in peak hunting condition. Ah, speaking of, you haven't seen the haul from my latest excursion. Ooh, did you bring me something good? You tell me. It's a brand new snack. And you'll be the first to try it. Oh, Liz, you spoil me. Okay, that's was the first and we'll see what we have in the second because it's something important. Because the second was closed here in the second so, let's go. surprise, surprise, I'm back early and have I got a story for you. Belle, are you okay? I'm worthless. That's not true. We're just having one of those days. Every day is one of those days. Did something happen? Everything happened. Trefany broke her leg. Cramble got food poisoning. I couldn't help both of them. Everybody was shouting at me. I didn't know what to do. That's... None of that's your fault. What's the point if I can't help anybody? I just sit here all day while everybody else is out there all productive and happy. That's not true. You help me all the time. Like, when I cut my paw. You only got hurt because you were getting snacks from me. It'd be fine if I wasn't around. Don't say that. I need you, Belle. You were there when the world was laughing at me. You were there for me during the worst days of my life. I'm here for you too. The world can suck an egg. I know what'll make you feel better. Yeah. Thanks, Liz. I'd fall to pieces without you. So. Okay. Das waren beide Aufzeichnungen. Wir sehen auf jeden Fall hier gibt es noch mehr. Insgesamt gibt es vier Stück hier. Gut. Jetzt gehen wir mal zu Philbo und mal sehen, was er möchte. Hey, buddy. Du machst wirklich das. Du bringst alle zurück. Du hast sogar Bethelka hier und sie ist verrückt. Du weißt, was wir tun müssen? Wir müssen eine Willkommen zurück Party geben. Okay. Möchte dich unter die Partygäste. Kleine Feierpause. Gut, hier kann man ein bisschen was ändern an der Musik. Möchte dich in die Partygäste. Gut, damit ist wahrscheinlich schon jetzt gemeint hier. einfach mit denen reden und so. Und so. Und so. Okay, jetzt gehen wir mal zu ihm hier rüber mit seinem wunderschönen Haustierschen. Unlocked. Uh, great. It's good to be secure. What happened to the snacks you were babysitting for me? Great catching up with you, buddy. Alles klar. So. Und jetzt noch zu Bambus. Okay, das ist geschafft. Kommt, everybody. It's a party. Woohoo. Drink. Mingle. Get wild. Bebefika, doesn't this music make you just want to dance? With you? As if. My new bestie is the only reason I'm here. Wambus, Grimble, you two probably have loads to talk about. I got nothing to say to a guy like Wambus. That's so. I got plenty to say to you. Oh, yeah? Well, go on and say it. It's your fault we're in this mess. If you'd have let us eat your precious livestock, we could have kept together. They weren't livestock. They were my little ones, my kin. You lied and stole them away because you can't grow food for yourself. You think these walking vegetables are your family? I got news for you, Grimble. Bugsnax will never love you. You don't know a thing about love. That's why your wife left you. I'm gonna do violence to you. Hey, let's, let's all take a breath here. Don't act like you're in charge. If you had the spine to lead us, everybody would still be here. Don't you mean Trifany would still be here? Fine! all y'all gang up on me. It don't make me wrong. You all want Trifany back so bad? Go find her yourself! Okay, ich glaube, wir wissen, die anderen unbedingt hier zurückbringen noch. Zum Beispiel seine Ehefrau. Dann wird das hier vielleicht alles wieder etwas friedlicher zwischen den ganzen Hmm. Well, that wasn't ideal. But maybe after a few either way, thanks for being here, buddy. Oh, hey, I just realized you haven't had any bug snacks yet. Well, here, have a strabby on me. Maybe we can end this night on a high note. Huh? How can you write about bug snacks without first-hand experience? Oh, come on, at least try it. You gotta be curious, right? That's the spirit. Strabby. Ow. Uh, are you okay? Oh, gosh, I'm so sorry, buddy. I, uh, guess you're allergic to bug snacks? Didn't see that coming. okay, our game figure is also allergic. What do I see here? This way is just free. Find the other Krumpuses. Find out. I'll see ya. All I need. Hmm. Okay. Ja, we have now a new way. Here is a art Wüste, Steinregion with Felsen and so. I would sagen, gehen wir dann einfach hin als nächstes, Leute. Wir machen dann jetzt hier an dieser Stelle Schluss mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge ein klein wenig vielleicht gefallen. Da ist gerne eine Bewertung da und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.